Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Dualseele, große Fragezeichnen Mein Antwort ist, es gibt kein Dualseele. Wir Menschen sind ein Individuum. Das Wort Individuum kommt von Latein und bedeutet übersetzt unteilbar, einzigartig. Und wir Menschen brauchen auch dieses Gefühl, einzigartig zu sein, unsere Identität zu finden. Individualität bedeutet auch Persönlichkeit. Warum wird dann dieses Begriff benutzt? Dualseele, aus ganz einfachen Gründen. Mit diesem Begriff kann man alles erklären. Er muss noch überlegen. Meistens ist noch eine andere Frau oder ein anderer Mann noch da. Er muss erst mal von etwas befreien. Dann ist noch die Lernaufgabe. Etwas muss noch aufarbeiten. Wenn in die Liebe etwas aufarbeiten muss, das hat keine Qualität. Das kann man so vergessen, so wie das ist. Wichtig ist, glücklich zu sein, in einer glücklichen Partnerschaft zu leben. Und wenn die Liebe und alles stimmt, da muss nichts aufarbeiten. Dieser Aufarbeitungsprozess hält nur im Leidenskarussel. Und Sie, meine Damen und Herren, verlieren wertvollen Jahre von Ihrem Leben. Aussteigen von dieser Leidenskarussel. Dann die Zeit. Alles hat seine Zeit. Es kommt alles in den richtigen Zeitpunkt. Das zu beschleunigen, ist gegen die Naturgesetze. Ein Kind, wenn das normale Geburt ist, kommt erst dann nach neun Monaten. Ich kann auch nicht auf den Knopf drücken und sagen, du kommst jetzt aber nach drei Monaten, weil ich kann nicht warten. Und so ist es auch in die Liebe. Alles braucht Zeit. Und die richtige kommt auch in den richtigen Moment. Und das ist, woran wir Gedanken machen sollen. Vertrauen, dass es so ist. Und nicht die Gedanken der anderen befassen. Was denkt er wichtig ist, was denken sie. Da bekommt man auch Klarheit. Und das hilft auch, um das eigene Leben zu kümmern. Und wenn die Vertrauen auch da ist, dann kommt auch der richtige Moment, auch die richtige Partner und Partnerin. Und das nenne ich mal Komplementärseele. Erfüllung, Ergänzung, das bedeutet dieses Wort. Wenn Sie das Bedürfnis haben, darüber unterhalten oder benötigen meine Unterstützung, ich kann Ihnen dabei gerne helfen. Unten bei der Beschreibung befindet sich meine Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen.